Hey Leute, ja ich dachte nur so langsam ist es mal wieder Zeit. Ich habe lange jetzt schon nichts mehr mit der Gitarre hochgeladen, also lange habe ich kein Video mehr mit der Gitarre hochgeladen und da ich gerade so dabei bin, was Neues zu schreiben, dachte ich mir, hey, ich mache jetzt einfach schon mal das, was ich jetzt habe, so fertig als kleines Preview. Und wenn ihr wirklich, das ist verdammt ernst gemeint, wenn einer von euch irgendeine Idee hat oder mehrere von euch, ist mir total egal, setzt euch zusammen, wenn ihr Bock habt und wenn ihr Zeit habt. Wenn irgendjemand von euch Zeit hat, sich den Text wirklich mal genauer anzuhören und hat vielleicht irgendeine Idee, worin es dann noch gehen könnte, dann bin ich gerne dafür offen und es wäre überhaupt kein Problem, das irgendwie mit einzubringen. Also es ist kein Muss, überhaupt nicht, aber wer gerade Zeit und Lust hat, ich habe echt Bock, vielleicht sogar mit euch zusammen was zu machen, sage ich mal. So derjenige oder diejenige, die dann mitmachen, werden natürlich auch namentlich erwähnt und so weiter. Beber Po kennt ihr ja. Und bevor ich jetzt wieder anfange, zu lange zu labern und ihr das Video wieder ausschaltet, spiele ich. Das ist noch eine Übungsphase, also wenn ich mich verspiele, tut es mir leid. Aber ihr kennt ja noch nicht mal das Original, also kann es mir ja sein. Ich sitze in diesem Zimmer hier und starre an die Wand. So mieses Wetter hier, ich wäre jetzt gern am Strand. Doch mir ist bewusst, dass das nicht gehen wird. Dass das nicht gehen wird. Seit vielen Tagen schon sitz ich hier fest. Und erst nach dieser Zeit nimmst du, was Leben ist. Wenn du nach draußen gehst und die Natur genießt. Oder die Zeit benutzt und mal wieder ein Buch liest. Erst dann wird dir bewusst, dass du verpasst und du letztendlich von deinem Leben hast. Thron sitz ich weiter rum, pack deine Sachen und geh. Wohin soll dir egal sein, doch bleibt niemand stehen. Wichtig ist, dass du nach vorne schaust und dir dein Leben endlich mal selbst aufbaust. Und merkt dir meine Worte, schreib die dir lieber auf. Wenn du nicht bald in die Gänge kommst, ins Leben sein lauf. Und merkt dir meine Worte, schreib die dir lieber auf. Wenn du nicht bald in die Gänge kommst, ins Leben sein lauf. Und das war es mit dem Preview. Ja, wie gesagt, ich hoffe es hat euch gefallen. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Das ist eins meiner ersten Videos und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und ja Leute, ihr wisst, wie es aussieht. Kommentiert, liked vielleicht oder disliked, ist mir egal. Und bitte nehmt euch mal ein bisschen was Zeit. Macht euch Gedanken, wenn euch das bisher gefällt. Und schreibt dann in die Kommentare, mir per E-Mail oder per PM. Was weiß ich. Sucht euch irgendwelche Wege aus, mich zu kontaktieren. Wenn euch noch was einfällt, wie es vielleicht weitergehen könnte. Danke bis hierhin und tschüss. Geht aus, geht aus.